...Sucke Lebensmittel produzieren und unser Land ernähren. Wir stehen an ihrer Seite, weil die Bauern zu Bayern, bei der Union, zu Bergen und zu Seen, wir stehen an ihrer Seite, weil die gesamte Ernährungswirtschaft angegeben wird, beginnen bei ihnen als Bauern über Müller, Bäcker und Schleischer bis zu unserem Hotel Gastronomie. Wir stehen aber auch an ihrer Seite, weil diese Regierung unseren Standort immer weiter schwächt. Die Antel macht das Wirtschaften in diesem Land immer teurer, immer bürokratischer und immer unattraktiver. Ich erspare mir die Antwort auf den grünen Antorten, wie jetzt, was mir sehr schwerfällt. Aber wenn wir so hohe Staatseinnahmen wie noch nie hatten, solche Steuergelder, und trotzdem nicht mit dem Geld zurechtkommen, dann läuft in unserem Land etwas schief. Sie haben ja schon deutlich formuliert, dass Sie mit der Rücknahme, so wie sie erfolgt, nicht einverstanden sind. Ich bin ganz sicher, das reicht Ihnen nicht, aber es zeigt hier eines. Ihr Protest zeigt Wirkung, und er wird weiter Wirkung zeigen, also fahren Sie weiter. Ich kann Ihnen nur für die bayerische Wirtschaft insgesamt versichern. Wir werden auch künftig fest an Ihrer Seite stehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020